William E. Ward Gladstone war ein viermauliger britischer Premierminister und einer der bedeutendsten britischen Politiker in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er war insgesamt 63 Jahre lang Mitglied des Hausaufkommens, 27 Jahre Kabinettsmitglied und 12 Jahre Premierminister. Gladstone begründete eine besondere Spielart des Liberalismus. Leben William E. Ward Gladstone stammte aus einer reichen Kaufmannsfamilie. Er wurde im Eton College und am Christchurch College in Oxford ausgebildet. Zunächst wollte er anglikanischer Priester werden, wurde 1832 jedoch wie zuvor sein Vater konservativer Abgeordneter im Hausaufkommens. Bereits 1834 übernahm Gladstone erstmals kleinere Ämter in der Regierung Piel. In Parlamentsdebatten fiel der junge Mann durch sein rhetorisches Talent auf. 1841 wurde er Vizepräsident des Handelsministeriums und 1843 Minister. In diesen Funktionen erreichte er die Vereinfachung des Zollsystems, die Absenkung der Zölle und eine allgemeine Veränderung des britischen Wirtschaftssystems hin zum Freihandel. 1845 trat Gladstone wegen religiöser Auseinandersetzungen zurück und wurde kurz darauf zum Kriegs- und Kolonialminister ernannt. Im folgenden Jahr gab er sein Amt im Zusammenhang mit dem Sturz Piels zurück. In den folgenden Jahren der Spaltung der konservativen Partei blieb Gladstone zwar der Anführer einer größeren konservativen Gruppe aus. Piel-Anhängern, die jedoch vor allem nach Piels Tod 1850 zunehmend an Bedeutung verlor. In dieser Zeit bemühte er sich das von der Finanzkrise von 1847 bedrohte Vermögen seiner Frau zu retten. War 1852 bis 1855 Schatzkanzler unter Aberdeen und veröffentlichte 1858 ein dreibändiges Werk über Hummer und dessen Epoche. Darüber hinaus näherte Gladstone sich in dieser Zeit den liberalen Wichs an, lehnte jedoch 1852 und 1858 Angebote eines Ministerpostens durch den Earl of Derby ab. Die Hochphase seiner politischen Aktivität nun eindeutig liberal geprägt begann, als Gladstone am 6. Juni 1859 in die WHIG-Regierung Palmerston als Schatzkanzler eintrat. In seiner bis 1866 währenden Amtszeit rieb er den Freihandel voran, vereinfachte die Haushaltsgesetzgebung und unterstützte den Coptenvertrag, der ab 1861 den Handel mit Frankreich massiv vorantrieb. Außenpolitisch setzte Gladstone sich für die Bildung eines italienischen Nationalstaats ein. Ende 1867 wurde Gladstone zum Vorsitzenden der Liberal Party gewählt, wie sich die Wichs inzwischen nannten. Damit wurde er zum wichtigsten Gegenspieler von Benjamin Disraeli, der die Konservativen im Februar 1868 wieder an die Regierung gebracht hatte. Aber nicht zuletzt auf Gladstones Betreiben bereits im Dezember wieder gestürzt wurde, darauf übernahm Gladstone das Amt des Premierministers. Schwerpunkte seiner Politik waren die Entschärfung der Auseinandersetzungen in Irland, die Einführung der allgemeinen Schulpflicht mitsamt einer grundlegenden Reform des Bildungswesens sowie die Reform des Wahlrechts, des Gerichtswesens und der Beamtenrekrutierung, zudem unterband er den Kauf von Offiziersstellen in der britischen Armee. Außenpolitisch wurde die erste Regierung Gladstone dagegen kaum aktiv. Als die Liberalen 1874 die Wahl verloren, zog Gladstone sich vorübergehend aus der Politik zurück. Um sich der Theologie und seinen Hummerforschungen zu widmen, wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. Das brutale Vorgehen des Osmanischen Reiches gegen die bulgarische Nationalbewegung im April aufstand und das Stillschweigen der zweiten Regierung. Disraeli in dieser Sache brachte Gladstone 1876 in die aktive Politik zurück. Mit diesem außenpolitischen Thema gewann Gladstone 1880 die Wahl. Seine zweite Regierung erlangte dementsprechend ein außenpolitisch schärferes und den Nationalbewegungen gegenüber wohlwollendes Profil. Dies brachte das Vereinigte Königreich nicht nur in Konflikt mit dem Osmanischen Reich, sondern auch mit Österreich-Ungarn. Mit einem neuen Wahlgesetz verdoppelte Gladstone 1884 die Wählerschaft. Während der Urabi-Bewegung in Ägypten verhielt Gladstone sich anfänglich, trotz der umfangreichen britischen finanziellen Verbindung mit dem Land, eher zögerlich. Erst als Ahmad Urabi Pasha eine eigene Armee aufgestellt, das ganze Land unter seine Kontrolle gebracht und die Verbindung nach Britisch-Indien über den Suez-Kanal bedroht hatte, änderte er seine Politik und ließ Ägypten besetzen. Aufgrund der desolaten Lage der ägyptischen Truppen in Sudan wies er im Dezember 1883 Ägypten an, die Sudan, wo der Mahdi-Aufstand ausgebrochen war. Aufzugeben, die Ernennung von General Gordon zum Gouverneur im Sudan billigte er nur notgedrungen. Gordon hatte den Auftrag, die ägyptischen Truppen und das englische Personal aus dem Sudan zurückzuziehen. Als Gordon in Khartoum belagert wurde, sandte Gladstone, da er Sudan ohnehin aufgeben wollte, keine Entsatztruppen. Andererseits konnte er Gordon, der in der Heimat als Nationalheld gefeiert wurde, nicht opfern und forderte ihn auf, sich zu retten. Dieser Forderung kam Gordon aber nicht nach. Im Sommer 1884 weitete sich die Diskussion um die Rettung Gordons bis zu einem Antrag auf ein Misstrauensvotum gegen die Regierung aus. Gladstone gab schließlich nach und sandte eine Armee unter Garnet-Joseph-Wolzilei die sogenannte Gordon-Relief-Expedition aus, die aber zu spät in Khartoum eintraf. Als Gladstone 1886 mit dem ersten Hohen-Ruhe-Gesetz zahlreiche Forderungen der irischen Nationalbewegung erfüllen wollte, führte dies zur Spaltung der liberalen Partei und zum Sturz seiner Regierung, auf die eine Phase der konservativen Dominanz folgte. 1892 bis 1894 war Gladstone im hohen Alter noch einmal kurz Premierminister, zog sich dann aber fast blind und schwerhörig endgültig aus der aktiven Politik zurück, Film und Fernsehen. 1966 im britischen Film Khartoum wird Gladstone durch Ralph Richardson dargestellt. Trivia Jonathan Straub nennt in seiner Fantasy-Buchreihe Bataimuis einen Zauberer, Politiker und Begründer des britischen Weltreiches nach William E. Gladstone.